Der guckt, ob der Meißel richtig rau ist. Ah, der gibt uns das jetzt in einem Buch wahrscheinlich. In die Zelle. Was soll ich das jetzt in meinem Arsch verstecken, oder was? Mal gucken. Ach, aus Zelle entkommen, so weit sind wir schon. Also, was macht man mit der Pfeile? Ich spüle dir einfach das Klo runter und hoffe, dass das Klo verstopft. Und wenn die Wachen kommen, schlagen wir die K.O. Und bewerfen sie mit K.O. Unglaublich. Ich muss wirklich das Klo abtrennen. Ich lenke den hier ein bisschen ab. Ja, ich glaube, das ist auch deine Aufgabe. Oh, toll, jetzt muss ich auch noch hier Schrauben drehen. Halt den auf! Oh, 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 oh. Ja. Konntest du den echt nur so kurz belabern? Das kann ja nicht alles sein, was mit dem reden kannst, oder? Achtung, 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 Achtung. Ja, ja. Boah, was ein Schwein. Okay, ich kann hier beobachten, wann der den Gang runterkommt. Alles klar. Ich glaube, darum geht's auch eigentlich. Immer richtig schwierigen Aufgaben. Und ich glaube, danach muss ich das nämlich machen für dich. Damit wir beide in das gleiche Klo-Rohr kommen. Oh nein, ich muss... Da kommt wieder einer. Die ist mal aus der anderen Richtung, den kann ich nicht erst ablenken. Jo, was geht ab? Guten Tag. Wir stehen hier nur so. Und zeigen unsere Astralkörper. Der ist noch nicht wirklich weg, ne? Warte. Okay, ist weg. Gut, weil ich Tippen draußen schon gelernt habe. Zum Glück ist das so leise, was du machst. Hallo? Ich putze mir nur die Zähne. Der Belag wieder abklopft und so wie jeden Abend. Da kommt einer, der ist aber noch ein bisschen... Guck mal auf der anderen Seite schnell. Ich glaube, ich höre Schritte. Ah, okay. Jetzt kommt er. Ah, sehr schön. Ich bin gerade fertig geworden. Wie packe ich denn das Klo da schnell wieder hin? Äh, mit Abbrechen. Jo, was geht ab? Aber ich muss doch noch... meine Ritze putzen. RT. So, jetzt muss ich gucken. Klack, klack, klack. Das ist das Klack-Lied. Das Meißel- und Klack-Geräusche-Nachahmungslied. Klack, 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 klack. Meißel, Meißel. Meißel. Schraubendreher. Schraubendreher. Dreh, 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 i, 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 i. Es kommt einer. Aber du bist ja an sich fertig. Ich will nichts. Dann krieg mal deinen Kopf frei. Ich hab gehört, Handarbeit hilft da. Ist schon anstrengend, ne? Nächstes Mal suche ich einen kleinen Akkuschrauber. Die andere Wache kommt jetzt gerade hier an. Kann ich nicht aufhalten. Entschuldigen Sie, ich glaub mein Klo ist kaputt. Das ist, äh, wenn ich da reinmache, stinkt's immer so. Haben Sie einen Deodorant für mich? Die zweite Wache kommt jetzt auch sofort. Ich bin nicht müde. Wir sind ja schlimmer als störrische Kinder. Boah, was machen wir, wenn die Löcher offen sind? Äh, die andere Wache kommt, Wache kommt! Ist wieder weg, los. Ach, ach, ach. Was, dann werden wir jetzt wirklich aufs Klo. Äh, lieber nicht, dann kack mal durch die Stangen vorne. Auf Gang 3 wird wieder auf den Flur gekackt. Ihr Schweine! Leute, wir werden ja jetzt kaum schaffen, komplett aus dem Knast zu kommen. Ach, hier sifft es schon an der Ecke. Unsere Klos waren gar nicht mit dem, mit der Kanalisation verbunden. Das läuft einfach hier so runter. Benutze die Leiter. Ich stopf dich ins Ventilatorsystem, damit hältst du den Ventilator auf und ich komm weg. Guter Plan. Ich glaube, das ist der richtige Plan. Leo, ich brauche hier ein paar Hilfe. Wo bist du? Ach, da. Du bist so schlau. Gut, dass ich dich mitgenommen habe. Ich habe nur Muskelkraft und kann 20 Push-Ups machen. Oh mein Gott! Warum hältst du den Stangen? War es so schwer? Du hast das mit Absicht losgelassen. Diesmal halte ich die Stangen zuerst. So, schnell, 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 schnell. Ups! Nur so cool? Ja, ich muss den Mobslider streicheln. Der ist mir plötzlich so an die Hand gesprungen. Aber ist ganz schön schwierig zu halten. Also, Hut ab, ey, dass du das vorhin so lange durchgehalten hast. Leo, ich brauche hier ein paar Hilfe. Nicht ohne. Hättet man mal mehr auf dem Platz üben müssen. Alter! Was denn? Ach ja. Ob ich erst da rüber muss? Kannst du mir das nicht geben? Nee, kannst nicht, ne? Ich muss irgendwie den Faden aufhalten. Also den Ventilator hier. Ich schau mal, während du wartest. Scheint so aus, wenn hier der Strom ist. Ah, ich zieh einfach an dem Stecker. Könnte warm werden, jetzt im Gefängnis. Es ist ein langer Weg nach unten. Ja. Wir brauchen etwas zu kommen, um da zu kommen. Ja, wir machen. Hold on. Over hier. Check das aus. Was denkst du? Ich denke, Schietz. Okay. Ich geh den Karren. Ja, hoffentlich wird die Wäsche direkt in die Bügelmaschine eingefüllt. Ich streck die Nase raus, wenn der das aufmacht und sag, ich bin ein Hai. Moment mal, wir müssen auch, glaube ich, Laken mitnehmen, oder? Äh, ja, aber wir brauchen auch so einen Wagen. Oh, nee, ich tue gerade so, als wenn ich wasche. Oh nein, ich tue so, als wenn ich arbeite. Hier hinten sind ganz viele Laken. Hier sind die. Wir brauchen den Wagen. Ich habe einen Wagen. Ich habe einen Wagen. Oh, mein Gott. Oh mein Gott, der Wagen gerät aus der Kofferbauer, ich kann ihn nicht mehr bleiben. Pass bloß auf, dass du nicht irgendwas rammst. Oh, ich sehe dich, wie du mit dem Plutonium umgehst. Boah, mich erinnern diese Gefangenen immer an irgendwen. Der hier vorne sieht so ein bisschen aus wie dieser, ah, wie hieß denn dieser Fotofilm-Typ? Ich glaube, wir brauchen eine Ecke, wo uns keiner sieht, dass sie einsteigen kann. Äh, willst du nicht, dass ich lieber hinten irgendwie einsteige in den Wagen, statt hier vorne, wo alle stehen? Das hab ich doch grad gesagt. Ja. Achtung! Gluck, 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 gluck. Ich kann wenig aus dem Loch gucken. Mal gucken, ob ich sehe, wenn die hier reinfallen. Du musst von vorne die reinschmeißen, denke ich mal. Ich brauche mehr Laken. Gib mir mehr Laken. Hier drinnen ist ein Unfall passiert. Okay, wir sind alle bereit. Koffe dich selbst. Oh mein Gott, wo ist der Heddy? Ich sehe dich nicht mehr. Unsichtbar. Wir kommen zum ersten Treffen der Kuckucksklan-Vereinigung. Erster Punkt der Tagesordnung. Die Wäsche stinkt. Ja, mach noch ein bisschen Bleiche mit in den Wagen. Mir wird ein bisschen schlecht. Glaubst du, ich kann kotzen, wenn du zu viel machst? Oh, mir wird ein bisschen schwindig hier drin. Ich brauche neue Laken. Kuckuck. Okay, wir sehen, was wir hier haben. Okay, sieht gut aus. Geh raus. Das stinkt wie immer. Okay. Zeit, um diesen Garten zu entfernen. Wie gut man sich mit drei Laken verstecken kann. Bin ich jetzt im Hinterzimmer? Nee, nee, der schiebt mich gerade erst. Boah, ich hatte schon so Angst. Nee, das musst du erst machen, wenn ich raus will, oder? Hm. Oh, ich habe Angst, wenn mich ein anderer Mann schiebt. Du musst die Laken ja noch da oben verstecken, ne? Korrekt. Oh, ich muss dich irgendwie hier reinkriegen. Ich mache die Maschine kaputt. Dachte ich. Ich probiere mal, diese Kiste mit Steinen zu waschen. Überrasche mich immer wieder. Warum kann ich mich denn hier nicht verstecken? Also, die Wache guckt gerade. Also, du kannst jetzt gerade nicht durch die Tür. Warte eben. Wache geht weg. Kannst durch. It's locked. Oh, jetzt muss ich die auch noch aufmachen. Ob du mir aufmachen musst. Jetzt aber Dalli. Warte, oder? Schaffst du das noch? Da wieder auf dich draufsteigen. Anscheinend bist du Räuberleitern-Experte. Oh mein Gott, warum lege ich denn die Laken ab? Hey Vincent, gib mir ein paar Schäden. Arlind. Nein. So nicht. Nee, da komme ich jetzt nicht dran. Was versuchst du? Du musst, glaube ich, dich ein bisschen... Willst du mich verarschen? Nein, ich kann nichts anderes machen. Du siehst doch, was ich mache. Ich kann nur RT halten. Lass... Brech doch nochmal ab. Ich komme nicht hier. Brech doch nochmal ab. Geht doch. Wie viel werden wir brauchen? Guck mal, links sind da auch noch einige. Ich hänge hier wie so ein Affe. Ah, sogar nur drei Laken. Da haben wir aber gut abgeschätzt, die Höhe. Der Nasenmann und der Bär. Da sind das nicht so ein Affe.